Die Vorteile der Roboterassistierten Darmchirurgie sind einfach, dass man vor allem im kleinen Becken mit dem Roboter bessere Sicht hat. Man kann dreidimensional sehen, weil zwei Kameras drin sind. Man hat zehnfache Vergrößerung, womit man feine Strukturen, zum Beispiel Nerven, sehr gut erkennen kann und entsprechend bearbeiten. Und das Gute ist, dass die Instrumente vorne zwei Handgelenke haben. Das heißt, sie haben eine extrem gute Beweglichkeit auf einem sehr engen Raum und das ermöglicht mir als Chirurgen, in einem engen Raum wie dem Becken, mich sehr gut zu bewegen und ganz sicher zu operieren.